Was geht, Leute? Willkommen zu Dead by Daylight. Nein, weil heute bin ich mal nicht reingeredet. Stabby? Nein, ich bin mal stumpf. Jungs, ich bin direkt vor Dinger. Was ist ein Geräusch? Oh, ne. Ey, wer klopft, da? Wird da jemand gebankt, oder was ist das? Ja, ich bin... Hä? Ich glaube, unser Mate ist das. Talk, 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 talk. Die Sache ist, ich bin mit dem Mate. Aha. Das erklärt einiges. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Was, das für ein Geräusch, ey? Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Oh, der ist hinter mir, Arme. Was ist das, ey? Sie sind mir ein Wasser. Was ist das, ey? Wer ist das? Was ist das, ey? Was ist das, ey? Der Blitz, der macht Blitze, gell? Was ist das, ey? Keine Ahnung, ja. Das ist der Doktor. Ja, deswegen stand ich um. Ich konnte nicht schlafen, ey, 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 was? Was ist los? Ey, ich bin paralysiert. Du wirst den jetzt überall sehen, Bühne, pass auf. Ey, jetzt sind wir noch hinter mir. Jungs, mach dir Generatoren, okay? Ja, ich mach kurz. Bühne, komm nicht ins Haus. Komm nicht ins Haus. Nein, ich renne um zwei Bänke die ganze Zeit. Der hat mich auch erwischt, der Huren. Ey, wie hat der euch erwischt? Mit seinen Blitzen, Alter. Ey, ist der bei euch? Ey, der ist doch bei mir. Bühne, du siehst den jetzt öfter. Ja, zweimal. Wie lange bleibt das? Man weiß nicht. Und du wirst, glaub ich, immer Herzklopfen haben. Ja, aber wann werde ich das los? Da steht irgendwo L1 oder so. Ich hab keinen Bock auf der Scheiß. Der ist hier irgendwo. Jungs, ich konnte fliehen, ey. Nein, kann ich nicht. Ich bin im Haus, Murak. Was mach ich? Oder ist er direkt vor meiner Fresse? Endlich bin ich noch, ey. Endlich. Ja, ich hab Eisener Wille. Der hört mich nicht. Ich hab Eisener Wille. Der weiß nicht, wo ich bin. Bühne, heil dich auf Boden. Mach ich mal. Mach ich mal. Wie oft existiert der? Komm, komm, Öff, auf geht. Ich mach das letzte Generator übrigens. Er ist fast fertig. Dann können wir ja die Türen schon aufmachen. Bühne, komm her, wo bist du? Ich heil dich. Ich bin jetzt gleich bei drei Füßen. Ich bin nur noch paralysiert. Tamam, du musst stehen bleiben und L1 drücken. Was fertig, Jungs? Aber das wäre eins. Beruhige dich. Ja. Beruhig dich, sonst mach das. Sonst weiß ich, wo du bist. Ich verkack die ganze Zeit Timing. Ich verkack die ganze Zeit Timing. Der ist wieder bei mir, du Hurensohn. Ich fick deinen Vater. Ich geh mit holen. Dann geh ich die Tür aufmachen. Ich hab keinen Bock auf sowas, Alter. Ich kann mich nicht mehr berühren. Jungs, ich mach die ganze Runde so, alles gut. Bühne, renn andere Seite. Kommt zu mir rüber. Hey, der kommt. Der kommt. Hey, der ist doch bei mir. Hier, komm her, Bühne, komm her. Bühne, komm her. Bühne, komm her. Ich bin hier, komm doch her. Hier, hier. Komm. Komm hierhin. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Oha, ihr habt schon fertig. Ernsthaft? Der ist bei mir hier. Oha, wie seid ihr so schnell fertig, ey. Salam, Abi. Ey, was mit dem Mate? Was mit dem Mate? Ich hab den hochgeholt. Und wo ist der? Ja, ja. Hätte ich wohl gern. Der hat mir gerade eine reingehoben. Der öffnet einfach raus. Der Mate geht andere Seite aufmachen. Ja, okay, ich bin aber auch schon raus. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Abonniert die Glocke. Hä, was macht der? Hä, was macht der? Rein. Hä? Er macht Ausgang auf und geht Wanderthin. Keiner weiß. Auf jeden Fall, das ist eigentlich recht kurze Folge, aber egal. Lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Für jeden Like stöhnt da an im nächsten Video. Hey, was macht der? Egal. Adi, ciao.